Von der Flanke Good luck guys Oh, ihr seid jetzt live Jo, verstanden? Tische Falls die Panzer-Kuh mich hört, es sah so aus, als hätten sie zwei mal Panzer, ah zwei Besatzungen Okay, so verstanden Hab ich mir schon fast gedacht Wir müssen dann noch mal schauen, wie wir darauf reagieren, hängt vom Panzer ab Dicken, fetten Panzer Funkstille Wir spawnen direkt vorne Herr Funker, wir setzen weiter hinten an Rallye 2-0 unterwegs Squad circa Jo Squad 1 Squad 1 ist going to defend the south My squad Defender 48 Wann war ich doch noch im G, oder? Kannst du haben, warte, beim nächsten Mal sterben kannst du ein Mg haben Alles klar, passt schon Funker, komm mal bitte ein bisschen zu mir Ich sehe dich kurz Lass dich verstecken Müsst'n weißer Anni Wir verteidigen bei 48 Verteilt euch da ein bisschen Mg kann eigenständig ladrieren Die vorne hatten wir doch noch Anni Verstanden Macht jetzt keiner Sunny, oder wie? Ich mach's, wenn ich tot bin Wenn er im Bauch sagt Bescheid, ich mach's einfach Wir schauen mal wie es die ersten 5-10 Minuten ist und dann Vielleicht ein Sunny Können die sonst noch einen Schütze aus dem anderen Squad in unser Squad kommen und Sunny machen? Nicht mal abchecken, Sekunde Ja Ja, einen normalen Schützen brauchen wir auch nicht Ja, aber dass ein Schütze aus dem anderen Squad Weser Sunny in unserem Squad macht Jo Ich spreche mal über Defekt-Nachricht Hallo Ja, ja Kannst du mir noch einen von dir schicken, dann können die den Sunny mit benutzen Sicher Dank dir Es kommt einer rüber Ja Bei den Italienern ist ein Scout-Kern zwischen Ich hab immer noch schwere AT-Frei, ne? Aus der Richtung kommt ein Feind Verstanden Bw Für die Infanterie. Wir haben auch zwei MSPs auf der Marine Station Geh, behalt mal bitte den Strand ein bisschen im Auge So verstanden Weint aus der Richtung Wir brauchen uns Upps kommt zu dir wenn er dort ist Upps kommt gleich rüber Wir brauchen uns Völkermarkt A827 A827 viele Feinde Völkermarkt 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 Achtung aus, Richtung Defendmarker liegt roter Rauch Aufgeschoppelt Dankeschön, Hinkel Wir verteidigen schön Yo, enemy squads are trying to cross the bridge to west Kling noch 1,30 Point of interest, 30 Placanto Da hinten ist wieder Feind auf der Straße Feind in Südwesten Er hat sich aus dem Südwesten heraus Versuch uns umgehen Dann wird einmal Stellung wechsel Hallo, hier ist die Beantrags-Unterstützung Hallo Bugs Ah, sehr schön Hier vorne hätte ich gern noch 2 oder 3 Soldaten Der Rest ist in den Punkt rein Achtung Oh Achtung Halt Halt Achtung Fünft Halt Achtung Auf Achtung Fünft Werner, Taylor? Sieben haben einen Ein-Tag. Die anderen sind von dir, Taylor. We have enemy tank on Point Inquest 8-8. Punkt, wir sind ein-Tag. Habe ich durchgegeben. Die krabbeln da gerade auch. Für das Release, den ich so aufgeklitschte. Alle gerade über die Hügel. Genau, rechts. An dem Baum liegt irgendwas. Nichts an der Beine flippieren. Auch ein bisschen weiter blüht. Ja, das ist ein-Tag. Enemy krummel destroyed. Good job. Panzer vernichtet. Nice one. Ihr seid sehr gut am verteidigen. Da, Achtung. Die ganze Zeit. Da, Achtung. Eins, Sechs. Südlich. Verstanden. Südlich. Südöstlich. Alles gut, Hinkel. Kümmer, es ist Korb 1. Wir bleiben hier und verteidigen hier. Squadly, der Infanterie mag ein bisschen weiter nördlich. Rauch wieder am Strand. Rauch wieder am Strand. Schaffte es einfach nicht. Okay, dann kann man es nehmen. Mal zwei Mann bitte nach Süden ausrichten. Aber auf Stellung bleiben. Schaffte es einfach nicht. Schaffte es einfach nicht. Ich richte mich in Süden aus. Ja, an der Straße. Starker Feind. Ich richte mich in Süden aus. Dann gehe bitte aus. Ja, voll klar. Pass auf, direkt südlich. Das ist 195, wenn man sich grad so. Irgendwie kannst du von da aus wirken. Ja, ich schon mal. Ja, kann ich. Ja, kann ich. Dann füge erfolgt. 1, 2, 7, 200 Grad. Verstanden, Bugs. Babyschein. Das ist nicht einfach gelang. Das wird füge dagegen. Man muss überall aufhören. Das macht halt leicht günstiger. Anfänger einen Tag. ajust. 1,5 1,5 1,5 1,5 Unterhalt deine Position, ich kann sie wieder We're trying to hold it on Okay Sobald ich in deiner Nähe bin kann ich die Position halten Ich muss erinnern an Wax Can we have our net over here, please? Aus 64 massiv infam B Thank you, can I hear? Sniper, helft immer drunter Flieger Flieger Ja, in Deckung gehen Er ging mal weit vorbei, der Flieger Hier Ich bin der Stranger Ich bin der Flieger Ich muss die Flieger M.G. raus mit dir, verstreuen. Heftige Art, hier auf meiner Position. Achtung, Gott, G5, G5, G8, Vögel 6. Südfresse und ich. Danke. Jawohl, danke. Südwestlich bis westlich. Dankeschön, aber da müssen sich auch die anderen kurz ein bisschen aufm quern. Hab ich so durchgehen. Irgendwelche verletzten nach der Atelier? Ja, ich. Flüchtlinge ist um SP gesprengt. Komm ran zu der Fahrt, enteil dich. Ist gerichtung geschossen. Aus der Mainbase vom Feind. Danke. Rallye 23. Vielleicht neu spawnen oder warten auf den Ast. Wir sind in den Wald rein. Rallye noch 3-10. Alles gut. Alles gut. Alles gut, danke. Okay. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen auf die Tickets. Wir sind zwar vorne, aber... Sicher ist sicher. Panzer genommen auf die Position vom Feind. Durchhalte, durchhalte. Starker Feindbeschuss aus dem Süden. Ja. Ja. If you can squad one, just hold a bit of interest, single five. Genau. Kann jemand... Kann jemand mich um... Panzer. 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 Ja, danke. Hab ich durchgegeben, dann die andere. Die dürfte ihn ja nicht zerstören, aber vielleicht ein bisschen Schaden machen. Ah fuck, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin... Spaß, Spaß, Spaß. Ich respawn. Alles gut. So eine fette Mag-Garte durch meine CPU. Ah. Mehr kann ich überhaupt nicht machen. Nö, ich hab's durchgegeben, Panzer-ULT. Panzer-ULT. Er ist alls. Der Panzer zieht sich zurück in die playingbass. Ja, ich habe einen Platz. kassiert die richtung die Artillerie im Südwesem neuer Position bitte suchen ausrichten verstanden? verstanden verstanden, neben den Südwesten ja, ich sitze direkt davor von da kommt auch Feind dort am Scouts kaputt am kaputten Scouts da kommt Feind ne, die Mikrofon, okay das ist ein Postpages 68 ne, die Mikrofon entgegen Schuss 205 Grad 205 Grad ist entgegen der Schuss auf meine Position beschützt auf meine Position hallo hallo machen wir eine auf der auf der dort steht Panzer nach dem auf der nach dem nach dem nach dem nach dem auf der nach dem nach dem Hänge Positions in der Norden, äh, Defend, Positions Sehr gute Arbeit, Jungs, weiter so Die Flussrufe ist noch alles sauber Ja, bitte, die Restneuerung Hallo, du hast verpackt Ja, ich tu ein bisschen die Geschirpssbräne Das ist klar, wir haben genug Munition hier liegen Ja, das sieht man hier so Da hinten habe ich ein Köpfchen gesehen Ah, Scoutcar fährt im Westen, Achtung Alles in Ordnung Okay, das ist ja Ja, könnte so sein Ach, kann so sein, kann so sein Ah, Funker, Waldstück kommen wieder rein Infantriebe-Nahbereich im nah bereich jetzt besser Achtung! Freizeit-Vertrie! Kommt von Süd-Ost! Aus dem Wald wieder raus! Dann bitte außer der Funker darin aussichten! Achtung! Funker rechts von dir! Nahbereich! Direkt an der Mauer! Panzer aus Süden! Panzer! Süd-Ost! Wir verteidigen hier fast alleine! Ein Böser! We could use some mortars or artillery on point! Sniper! Ja, das war der Panzer! Wir kommen nicht nach links! Sniper, guck mal ob du da hinkommst! Ja, ja, ich bleib fliegen! Ja! Danke! Der Panzer muss weg! Tickets sehen sehr gut aus! Ja, hab ich durch den Wachs! Wir haben halt keine AT! Okay! Haben wir mal einen Feind close? Ich guck grad! Jo, Feind close an der Mauer! Vor den Sannis! Oh ja! Verstanden! Hier ist ne Munitionskiste! Kinder, ihr könnt Granaten spammen! Einfach Granat werfen, neu holen! Granaten werfen, neu holen! So weiter! Squad 1, can you help me? Mit vorne werde ich das tun! Granaten spammen! Wir haben 36, massiv fein! Okay, nice! Squad 1 kommt zur Unterstützung! Sniper erreichte dich mal bitte nach! Boah! der rege aus guys can you help us wir bekommen jetzt zwei von hinten M.G. bitte nach Süden ausrichten Pardon, nach Nord-Westen Wir können nach Nord-Westen ausrichten Wir haben die hier vorne mit Handgranaten zu Oh, die sind nahen Bereich, Nord-Westen, Achtung Nord-West, West Acht, schau mal, dass das oben im Nord-Westen klappt Nein, Westen, wir kommen immer näher an Nord-Westen Squad, Nord-Westen Funke auch in Nord-Westen ausrichten, Toma, die auch Ja, ganz schön Wir sind in der Mitte Ja, wir finden einen Angriff, wir gehen Wir haben einen Angriff, hier Leute Wir haben einen Angriff, hier Leute Wir haben einen Angriff, hier Und du auf den Angriff Ja, ja, er bewegt meine Angriff Warte Ich glaube auf gar keine Mauer Ja, bitte nach hinten clear Sonst können die anderen nicht spawnen M.G. direkt bei dir Auf der anderen Seite Ready, find Ready, hide Wir werden überrannt von vorne und hinten Ich bin tot Guys We lose the cap Come on Pardon, ich habe gerade im Command rumgeschrien Wax Dragon Ja Spielen wir ohne Commander Vorsicht nicht Wir haben gerade keinen, wir weiß nicht Ja, wäre mal cool, wenn einer braucht wird Ja, haupt ich manchmal nicht Leute, die cap'n immer noch nicht Anto, du musst hier nicht stehen Anto, du musst hier nicht stehen Nordwesten ist ruhig, ja Vorsicht Pass auf, pass auf Bugs Dragon, das hätt hier direkt rein Pass auf Steckt fest Steckt fest, ja Auf Nordwesten Ich habe einen rausgeschossen Ich muss hier Umgekehrt, 10 Meter Direkt auf den Punkt Artel auf, wenn du was hast Schmeiß auf die eine Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Nein, kommt immer noch aus dem Bett Pass auf, dahinter ist auch Infanterie Ich habe da jemanden gesehen hinter dem Scout Scout-Car steckt fest Position brauche ich Ist neutralisiert Scout-Car auf Meine Position Leere Scout-Car Meine Position Scout-Car on 9-7 Scout-Car 9-7 Habe ich durchgehend angepackt Schaffst du das bei dir oder? 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 Meine Richtung wieder fein Boah die krabbeln hier mal super Infanterie nähert sich von Infanterie nähert sich von West Von 71 Auf unserem Punkt Na ja, ist nur eine Rallye ice Rallye ice Rallye ice Ja Das ist fein Happy Thomas bleibt nicht ruhig rein Ich fliege Ja ist jetzt egal Ich fliege Ich hab gerade den Brille weg Achtung, danke Deine Mutter Das wäre es Die Richtung massiv feind Wir drücken hier voll rein Wir drücken hier voll rein Wir drücken hier voll rein Rallye ice Rallye ice Da war Weint aus dem Südorten und Nordwesten Und Norden Direkt Norden Am Rallye Führt die Menge gefallen bitte Wir kümmern uns um eine Richtung Wir kümmern uns erst mal hier unten am Wald Weil da oben macht Squad 1 Auf Squad 1 war das erfolgreich Richtiger Buddy Schlag auf anderen Wieso wollen wir bitte? Gott Verstanden Alles klar Ich geh kurz Für einen anderen Squad Lead Verhandeln Ich komm Wir sind sehr gut Wir müssen nur noch 9 Minuten halten Squad 2, hörst du mich? Ja Sehr schön Wenn du unterstößen brauchst Wenn du unterstößen brauchst Rallye 2, 30 Rallye 2, 30 Wenn du unterstößen brauchst Ja Ja? Nimm dir einen Sunny mit, den brauch ich hier Ich glaub wir haben ja zwei, oder? Ja, ich bin da Schaut ihr wieder jetzt nach Oh, wir sind in der Süd reingedrückt Von Süd und von West Der Panzer wurde zerstört Hey, immer noch ein Beschuss vom Panzer oder vom Panzer Komm Jungs, neun Minuten Was packen wir 25 Tickets Guckt euch den Ticketunterschied an Über 200 Tickets Vorschwung, ja Für uns Achtung, Verstoß beim letzten Infanterien Südöstlich Ah, endlich klappt's mal, dass die anderen Beide Ja, da ist Ja, da ist Ähm, da ist ein Enemie MSP Näher dem Ticket Ähm, haben wir noch einen Pio? Ähm, ich steck einen Halt Anto Anto Anto, bewegt dich mal bitte Richtung Anto, bewegt dich mal Richtung Dort, dort ist ein MSP Okay Achtung, Feind, Artie Er ist in der Anto 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 I need Is that a car? Was? Das ist nicht meine Idee Unterrauch und Süden Bis sie nicht beschießt sind Feindlicher Scoutcar Feindlicher Scoutcar Direkt südlich Südöstlich besser gesagt Ich hab den Fahrer rausgeschossen Fahrer ist tot Ja komm jetzt packen wir 16 Minuten Bugs bitte einmal umdrehen Enemy to a Trench is north western point Enemy is up 314 Da kommt was von oben Leute Sniper du auch Da kommt was von oben vom Rally Verständnis verlegen Ja hier vorne massiv Infanterie Verstanden Komme Ich hab hier auch noch Kontakt Westen Achtung eine Browning rechts Oh hier ist massiv Enemies from point inverse 20 20 enemy Infanterie Wir brauchen mehr Kräfte hier oben Oh haben wir schon haben wir schon Hab schon rumgeschrien Soll ich da bleiben wo ich bin? Ja Oben wurde grad gecleared bei Squad 6 Der ist gefallen Da liegt noch irgendwo einer Und dann hast du da Ja Es bleibt noch 14 No 20 Sein 20 20 20 20 20 Südwestlich kann wieder was heißen Nie klappt der rechte Knausknoisse Knausknoisse Das war der letzte Rally Ruhig, 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 hier ist der Rally Wir haben den Roller hier oben kaputt gemacht Ich mach den wieder runter Das waren zwei Die Marke Das sind beide Ich glaube, wir sind voll von der Schweiß Granate Schmeiß raus, schmeiß Granate Hier ist noch ein Rally Unser Rally ist heiß Das war's hier Churchill, Sound Ja, ich bin gar nicht auf dem Sonnenweb 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 Ja Überlagen kann uns Tromm Ein haben wir auf jeden Falle 32 Tickets, 2 Minuten, was läuft bei ihr aus? So, jetzt brauche auch keiner mehr rumzuschreien Wir wollen es nicht GG Well played GG, nice Well, now we have to see where they have failed They never win the war, guys So, das müssen wir jetzt nur, aber auch da, dann gleich schaffen Das ist gerade Panzer rein, Achtung It's time to take the bayonet and charge Okay, bei 2 Minuten Ist egal, 40 Sekunden Gute Arbeit, Jungs, hat Spaß gemacht Gut verteidigt Haltet durch da vorne, haltet durch, ich komme GG 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 GG